Das Bitztal bietet mit 45 Eisfällen von Dezember bis Ende März ideale Verhältnisse für Eiskletterer. Von variantenreichen Gebieten für Einsteiger bis zu spektakulären Kletterrouten der Superlative mit bis zu 190 Metern Höhe oder die höchsten Eiskletterrouten Tirols in der imposanten Eiswelt des Piztaler Gletschers. Teilweise kann hier das ganze Jahr über am Eis geklettert werden. Pizarre Eisfälle, eine überhängende Bollewand und Basecamp-Atmosphäre erwarten die Teilnehmer des Eis-Total-Kletterfestivals im Piztal. Beim Come-Together der Szene können ein Wochenende lang die neuesten Produkte der führenden Ausrüsterfirmen getestet und gemeinsam mit staatlich geprüften Bergführern erste Schritte im steilen Eis gewagt werden. Dazu gibt es Workshops rund ums Eisklettern, Eglubbau und vieles mehr. Jetzt informieren und rechtzeitig anmelden. Das Eiskletterfestival Eistotal in Piztal. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020